Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube Video. Heute geht es noch mal um das Thema Imbalanzen, da viele Fragen von euch dazu kamen, wie man Imbalanzen für sich nutzen kann und das Ganze in Verbindung mit dem Bundfuture. Warum mit dem Bundfuture? Das ist ein Markt, wo sehr viele Imbalanzen auftreten, man sehr gut den Markt damit traden kann und das Ganze möchte ich euch einmal zeigen. Also, wie ihr seht, ich habe den Bundfuture auf, wir sind auf dem 5 Minuten Chart, würde ich jedem empfehlen, wir haben keinen Volumenfilter drin, ganz normale 300 oder 400% für Imbalanzen einstellen und das war's. Und es geht jetzt mal um folgendes, und zwar um diese Abwärtsbewegung. Ihr seht, diese Abwärtsbewegung ist sehr groß, knapp 10.000 Kontrakte, sehr, sehr stark negatives Delta. Und jetzt gibt es so ein paar Sachen, wie wir das traden können, was ganz interessant ist. Als erstes haben wir natürlich diesen High-Volume-Bereich, der ganz interessant ist. Wir haben vorher natürlich die starke Dynamik, hier oben die starken Imbalanzen, ist auch passend, also kein Problem. Wie können wir jetzt hier Pullbacks traden oder wieder auch gegen die Bewegung traden? Kurze Scalops, keine langen Trades sind natürlich gedacht. Ganz simpel, wir sehen hier in dem Bereich hat der Markt Dynamik aufgebaut, das heißt, dieser Bereich ist für uns interessant für Abwärtsdynamik. Das heißt, jedes Mal, wenn wir in diesem Bereich abwärtsdynamik sind, können wir nach dem Short suchen. Aber wir machen das Ganze immer nur das erste Mal, und zwar immer nur den ersten Pullback. Danach wollen wir das Ganze nicht mehr traden. Dann haben wir hier diese Abwärtsbewegung. Von hier unten können wir ja auch Reversals traden. Das heißt, das hier unten ist für uns interessant, wenn diese Bereiche wieder angelaufen werden, wenn diese Bereiche wieder angelaufen werden, weil der Markt hier Aufwärtsmomentum entwickelt. Das heißt, pullbacken wir diese Bereiche, wo der Markt starkes Momentum hat und er bestätigt das Momentum wieder, dann suchen wir Aufwärtsbereiche. Fangen wir mal mit der Abwärtsbewegung an. Wir sehen hier unten, wir haben am Ende der Bewegung eine starke Imbalance. Der Markt korrigiert ein Stück, bestätigt das Ganze mit starker Imbalance. Das heißt, hier fand eine Umkehr statt von einer Abwärtsbewegung, wo der Markt hier ausgedünnt ist, wo die Verkäufer immer weniger wurden, zu einem Bereich, wo wir stark mehr Käufer haben und vor allem noch, was wichtig ist, wir haben aggressive Verkäufer, weil die können nur den Markt hochpushen. Und dann wird der Markt hochgepusht. Das heißt, dieser Bereich hier ist interessant. Dann passiert dasselbe hier in der Folgekerze nochmal. Das heißt, dieser Bereich ist auch interessant. Das hier oben ist unwichtig, weil relativ klein war vorher nichts und wird mit der nächsten Kerze direkt rausgenommen. Was passiert dann? Wir laufen in diesen Bereich hier oben rein. Und was macht der Markt? Ihr seht direkt, wir kommen in diesen alten Dynamikbereich, was gleichzeitig auch im Pullbackbereich ist. Und wir sehen, wir haben zwar starke Käufer, aber der Markt kann nicht weiter hochgepusht werden. Und es kommen direkt wieder aggressive Verkäufer rein und auch viele. 400 Kontrakte ist sehr viel. Wir sehen, das ist sogar mehr als das, was wir hier fast kumuliert hatten an aggressiven Verkäufern, die die Imbalancen verursacht haben. Das heißt, das hier ist gerade viel, plus der Markt geht mit diesen massiven Käufern, die wir hier haben, nicht weiter hoch. Das heißt, wir wissen, bumm, das ist ein Pullback, Mitnahme von Gewinnen. Wir suchen uns wieder den Short und können hier direkt, wobei wir ein, zwei Ticks runter machen, dass wir sehen, dass Verkäufer stark sind, dass Käufer weniger werden. Gehen wir rein, shorten den Markt, nehmen Rücksetzer mit. Dann wissen wir, dass das hier, der erste, wenn wir diesen Bereich brechen, dass hier unten der zweite Anlaufpunkt ist, wo der Markt drehen kann. Was sehen wir hier? Genau dasselbe wie hier oben. Massive Verkäufer, eine riesige Unfinished Auction. Markt geht nicht weiter runter, ganz im Gegenteil. Markt tickt sogar wieder hoch und wir sehen, dass die Käufer direkt darüber schon wieder stark werden. Also suchen wir tendenziell Add-and-Long. Wir sehen auch hier direkt die Bestätigung wieder der aggressiven Käufer, wo der Markt hochgedrückt wird. Das heißt, das wäre unsere nächste Möglichkeit. Was fällt dann auf? Wir sehen, aggressive Verkäufer, Markt wird runtergedrückt, kommen wieder in den Bereich rein, wo der Markt hier das letzte Mal Aufwärtsdynamik hat. Und wir sehen, mit diesen aggressiven Verkäufern, der Markt kann nicht in unseren alten Bereich runtergedrückt werden. In der Folgekerze passiert das Ganze auch nicht. Das heißt, das hier wäre wieder ein möglicher Entry für den Long. Dann erreichen wir hier oben wieder den Bereich und wir sehen, es kommen wieder aggressive Verkäufer in den Markt rein. Das ist super. Der Markt hat nur ein bisschen Abwärtsdynamik entwickelt. Wir hätten gleichzeitig hier aber auch starke Aufwärtsdynamik. Das heißt, hier machen wir nichts. Wir warten ab, wie es weitergeht. Was passiert dann? Ganz klassisch, der Markt überschießt. Das heißt, hier war unser Bereich, wo der Markt gehalten wurde. Klassischer Widerstandsbereich. Der Markt überschießt. Wir haben Trap Buyers und bumm. Wir sehen, wieder kommen die aggressiven Verkäufer rein. Das heißt, wir können wieder nach Shorts suchen. Und das Ganze wird dann hier, wo wir es vorher schon zweimal bestätigen, nochmal bestätigt. Und wir sehen, mit über 600 Kontrakten die aggressiven Käufer werden immer, immer größer. Das heißt, hier in dem Bereich, wenn wir das sehen, können wir den nächsten Shorts suchen. Das heißt, so könnt ihr euch Zonen suchen, Breakouts erkennen, Ablehnungen erkennen und könnt auch mit Momentum, mit Fortsetzung von aggressiven Käufern oder Verkäufern in Trades reingehen und Bewegungen traden. Das Ganze müsst ihr aber stark auf den Bundfuture oder Eurostox beschränken, weil ihr gerade hier von diesem starken Volumen, von diesem starken, sehr aussagekräftigen Imbalanzen profitieren könnt. Das könnt ihr nicht auf den IS adaptieren. Der ist zu dünn. Imbalanzen sind dort weniger aussagekräftig. Einzelne, da kommt es mehr auf die Triple Stacks an. Aber gerade im Bundfuture sind große Imbalanzen sehr aussagekräftig. Ich hoffe, das wird euch gefallen. Wenn ihr mehr Videos zu Imbalanzen und Trading im Bundfuture haben wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Bei 100 Likes von dem Video gibt es ein weiteres Video, wie ihr Imbalanzen auch in anderen Märkten nutzen und handeln könnt und was man da alles beachten muss. Ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns am Sonntag auf Patreon beim nächsten Webinar zum Thema Marktverständnis. Habt ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Einschalten. Euer Skype Trader. Ich bin ein schönes Wochenende.